Hallihallo, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, heute geht es um was ganz anderes. Eine Meldung, die ich zufällig gefunden habe, die schon etwas älter ist. Genau gesagt vom Januar diesen Jahres. Die mich aber doch ziemlich entsetzt und dementsprechend möchte ich sie mit euch teilen. Man kennt sie aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen, die Nanobots oder Naniten oder wie auch immer man sie nennt. Kleine Mini-Roboter, die im menschlichen Körper eingesetzt werden. Und auch so mancher Verschwörungstheoretiker hat dazu in den letzten Monaten schon so einiges gesagt. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir kurz vor der Schwelle stehen, dass wir kleine Mini-Roboter haben. Und die Dinger nennen sich Xenobot. Im Wurzeln erschien dazu am 14.01. dieser Bericht Xenobots, Forscher bauen erstmals lebende Mini-Roboter. US-Wissenschaftlern ist es nach eigenem Bekunden gelungen, völlig neue Lebensformen zu kreieren. Xenobots, lebende, programmierbare Organismen. Es handele sich weder um traditionelle Roboter, noch um eine bekannte Tierart, sondern um eine neuartige, lebende Maschine. Die Forscher, die ihre Ergebnisse im Fachblatt PNAS veröffentlichten, entwarfen diese neun, weniger als einen Millimeter großen Organismen, zuerst mit Hilfe eines Supercomputers. Danach wurden sie von Biologen zusammengebaut und getestet. Der Computer kombinierte einige hundert Zellen zu tausenden von möglichen 3D-Entwürfen, die eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hatten, zum Beispiel sich in eine Richtung zu bewegen. Diese Entwürfe unterzog der Rechner dann nach einer evolutionären Simulation auf Basis der biophysikalischen Möglichkeiten und las jene Designs aus, die die gestellte Aufgabe am besten bewältigten. Die Biologen verwendeten zwei verschiedene Zelltypen, um die Organismen damit zu bauen. Pluripotente Stammzellen und Vorläufer von Herzmuskelzellen aus den Embryonen afrikanischer Frösche. Während die Stammzellen mechanisch statisch sind, aber eine Art Gewebe bilden können, können die Präherzmuskelzellen pulsieren und damit eine Bewegungskomponente beisteuern. Die erfolgreichsten Designs wurden von den Biologen möglichst genau nachgebaut. Sie fügten die Stammzellen mit einer Mikropinzette und einer winzigen Elektrode zu einem Gewebe zusammen und betteten dann die Präherzmuskelzellen in diese Strukturen ein. So entstanden Körperformen, die in der Natur noch nie beobachtet wurden, die aber über Zellen verfügen, die tatsächlich zusammenarbeiten. In der wässrigen Umgebung einer Petrischale begannen einige der fertigen Xenobots in der Tat sich zu bewegen. Die in den Zellen gespeicherte Energie reichte dabei bis zu 10 Tagen ohne zusätzliche Energieaufnahme. Einige Xenobots, die mit einem Loch in der Mitte designt waren, konnten dieses Loch sogar zum Transport winziger Objekte nutzen. Anwendungsgebiete für die winzigen Xenobots gäbe es viele. Sie könnten Medikamente im Körper eines Patienten an den gewünschten Ort transportieren oder Blutgefäße von arteriosklotischen Plaques befreien. Aber auch außerhalb des Körpers könnten speziell designte Xenobots zum Einsatz kommen, beispielsweise um Mikroplastik aus den Ozeanen zu holen. Solche toxischen Materialien könnten ausfindig gemacht, aufgenommen und verdaut werden. Das hier ist die zum Artikel gehörende Studie, die im November 2019 erschien. Vermutlich dürfte der Stand der Forschung schon einiges weiter wieder sein. Ich haue euch beide Links in die Beschreibung rein und macht euch selbst ein Bild. Ja, ich möchte jetzt Sinn und Unsinn von dieser Studie überhaupt nicht beurteilen. Aber es bleibt irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl und ein Kopfschütteln, wenn ich so etwas sehe. Es ist so, als wenn der Mensch jetzt Gott spielen möchte und wenn man das Ganze ein bisschen weiter spinnt und größere Strukturen damit geschaffen werden können, dann ergeben sich da unendlich viele Möglichkeiten. Aber am Ende erschaffen wir dadurch neue Lebensformen und greifen in die Natur ein, in einen Bereich, den ich für sehr fragwürdig halte.